So, was hat denn dein Orgasmus mit ihrem Orgasmus zu tun? Aua, darf man denn diese Fragen hier überhaupt stellen im deutschsprachigen Raum? Sind wir denn so prüde und überhaupt? Darum geht es hier heute. Also, buch das Ding. Naja, ich meine, nimm den Kanal hier mit in deine Liste auf und dann bist du immer dabei, ich rocke hier das Haus. Ich rede für Männer Klartext, okay? Und natürlich, ein paar Frauen habe ich ja auch schon auf der Liste. Die gehen auch hoch, die Abonnentinnen. Also, was hat denn dein Orgasmus mit ihrem Orgasmus zu tun? Ja, nichts, könnte man sagen. Gar nichts. Okay, warum ist es denn das größte Ziel, im Sexleben zusammenzukommen zum Orgasmus? Aha, ja, weil das dann besonders erfüllend ist. Weil die Energien ähnlich fließen. Weil man sich dann noch mehr verbinden und die Herzöffnung passieren kann. Aha, also hat deiner und ihrer doch was miteinander zu tun. Interessant. Warum interessierst du dich dann nicht für ihren? Warum fragst du dann nicht, ob sie gekommen ist und wie sie es gerne hätte? Keine Ahnung, warum viele Männer das nicht machen. Vielleicht, weil es dann klar wird, dass sie keine Ahnung haben, wie sie sie zum Orgasmus bringen. Und ich meine das jetzt hier gar nicht abwerten und ich rede so ein bisschen dolle, weil ich gerade in diesem Modus bin. Ja, aber wir wissen es ja alle nicht voneinander. Wir Frauen sind so anders gebaut und anders fühlen ganz anders. Das heißt, wir haben auch keine Ahnung, wie euer bestes Stück funktioniert und was wir tun können. Und ihr habt es auch nicht. Und dann wäre ja schon mal der erste Schritt zu erkennen, aha, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Zeig es mir. Erklär es mir. Ich will es wissen. Das sind so ganz einfache Sätze, die du sagen kannst zu deiner Partnerin. Und dann kriegst du von ihr Antworten. Und dann hörst du bitte genau zu. Und vielleicht, was du noch wissen darfst, sie redet ja oft indirekt. Das heißt, sie würde nicht sagen, ja, fummel da oder mach dieses und dann jenes. Sondern sie würde es recht anders beschreiben. Ja, wenn ich dann ganz heiß bin, dann brauche ich das. Und dann ist die Frage, ob du ihre Sprache verstehst. Und auch das tun ja die wenigsten Männer. Deswegen mache ich ja meine Arbeit, weil ich das übersetzen kann. So. Also. Höre, was sie sagt. Öffne dich dafür, was sie braucht. Und wenn ihr, also, jetzt habe ich die Zahl vergessen, wie viele Paare dann regelmäßig zusammenkommen. Ich weiß auch gar nicht, ob es dafür eine Zahl gibt. Aber da muss ich vielleicht gleich mal recherchieren. Jedenfalls, wenn ihr nicht regelmäßig kommt, so sorge doch bitte dafür, dass sie vor dir kommt. Oder mindestens mehr als die Hälfte der Male vor dir kommt. Das sorgt dafür, dass sie, naja, froh und glücklich ist. Und dass sie dich achtet und dir Respekt und Wertschätzung entgegenbringt. Ja. Weil das sind super wichtige Liebesarten für den Mann. Liebesbedürfnisse. So, dann kannst du sagen, ja, aber warum bin ich denn dafür zuständig? Ich bin doch nicht dafür zuständig. Na, 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 na. Ja, natürlich bist du nicht dafür zuständig. Sie ist 100% für ihren Orgasmus zuständig. Aber, oder was heißt aber? Und gleichzeitig kannst du natürlich alles dafür tun, dass sie kommt. Warum solltest du nicht? Warum teilt ihr sonst das Bett miteinander, wenn es dir egal ist? Ja. Du darfst aktiv sein. Du bist der Mann. Männer sind Macher. Männer tun. Männer tun auch im Bett. Männer machen im Bett. Männer stoßen. Männer fummeln. Männer spüren. Männer führen. So. Das heißt, du darfst diese Fähigkeit erlernen. Und ich habe jetzt hier schon jede Menge Videos dazu gemacht. Es ist die Orgasmuswoche hier bei mir auf dem Kanal. Das heißt, lerne das, weil dein Orgasmus und ihr Orgasmus dürfen miteinander harmonieren. Klar, sie müssen nicht zusammen geschehen. Das ist ein Wunsch oder ein Erlebnis, was eben, es kommt immer darauf an, wie die Paare gebaut sind. Ja, bei manchen Paaren funktioniert es automatisch. Bei manchen funktioniert es gar nicht. Es liegt einfach daran, wie wir gebaut sind. Da können wir zum Teil nicht so viel machen. Wir können was machen, vor allem über die Sprache und so weiter. Aber das beherrschen leider sehr wenige Männer und es wollen auch nur sehr wenige Männer lernen. Da gibt es auch noch einen Kurs für hier, die Sprache der Verführung. Kannst ja auch mal gucken. In diesem Sinne, also lerne es in der Orgasmus Mastery oder lerne zu sprechen in der Sprache der Verführung. Und du wirst den Dank und die Wertschätzung und die Hingabe deiner Partnerin regelmäßig erreichen.